Zurück. Durch seine Wörter, seine Musik und seine unzähligen guten Garten hat Michael so viel getan, um unsere Welt zu heilen. Für die Jackson-Familie und für alle auf der ganzen Welt, die um diesen Verlust trauern, möge dieser Augenblick des Gedenkens ein Moment der Liebe, der Musik, ein Moment des Trostes für alle, die unseren Freunden geliebt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 You know I'll keep holding on Yes, I will Let me fill your heart With joy and laughter Togetherness Well, it's all I'm after Whenever you meet me And I'll be there I'll be there I'll be there To protect you With a love, such love That respect me Just call my name And I'll be there I'll be there To love you To build my world To trace around you So, so glad that I found you And I'll be there I'll be there To love so strong To be your strength You know I'll keep holding on If you should ever find Someone new I know she better be Good to you Cause if she doesn't I'll be there I'll be there Don't you know, baby Yeah, yeah, yeah I'll be there I'll be there I'll be there Just call my name I'll be there Just look over your shoulder Yeah, yeah, yeah 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 I'll be there 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 Just call my name I call We never will say goodbye No, 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 no Even through the pain and heartache We will be right there Yeah, 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 yeah Gonna be right there Gonna be right there Gonna be right there Gonna be right there Thank you, Jesus We miss you I'm here representing millions of fans around the world Ich vertrete hier Millionen Fans auf der ganzen Welt, die sind erwachsen geworden, indem sie Michael gehört haben. Sie haben Michael aus der Ferne zugehört, sich von ihm inspirieren lassen. Ich vertrete Sie alle. Ich vertrete Sie alle. Ich werde immer daran denken, wir beide haben versucht, wie ein Roboter uns zu bewegen. Wir wollten wie die Jackson 5 sein. Vielen Dank. Michael war der größte Star auf der Welt. Und er hat mir gezeigt, dass als Afroamerikanerin man die ganze Welt bereisen kann. Es gibt eine Welt außerhalb der USA. Es gibt andere Menschen, all die Menschen, die heute hier gekommen sind, um Respekt für jemanden zu bezeugen, von dem man dachte, von dem ihr denkt, dass er in erster Linie ein menschliches Wesen ist. Er ist einer von uns. Und ich habe heute Morgen mit Maya Angelou gesprochen, einer vielleicht unserer höchsten Dichterinnen. Und sie wollte Folgendes für Michael mitteilen. Wir hatten ihn. Wir haben ihn geliebt. Und jetzt wissen wir, dass wir nichts wissen. Jetzt, wo unser Stern wie ein Windhauch von uns geht, von unseren Händen, so sehen wir, dass die Liebe uns die Umarmung entweichen kann. Wir singen unsere Lieder zwischen den Sternen. Und wir tanzen auf der Mondoberfläche. Aber wenn wir lernen, dass Michael von uns gegangen ist, wissen wir nichts. Wir können die Zeit nicht mehr mit Uhren messen. Wir können uns ohne diesen Schatz nicht mehr gemeinsam fühlen. Wir sind alleine.